Spielen wir hier als ein Familien-Team? Oh Gott, nein! Welchen davon willst du? Lass mal zusammenlaufen, gar keinen Bock dass... Musst du, musst du. Du musst zusammenlaufen, alleine ist es tot. Mach mal eine Leadschip im Vierge aus. Ah, da sind sie. Ich habe, Anakin hat den High-Ground, Alter. Ja, aber auch nur diesmal. Ach, was soll's. Oha, Digga, er pumpt mich direkt mit der Macht. Digga, der springt hier so komisch um mich rum, Alter. Da komme ich ja gar nicht drauf, na. Oha, er hat mich getötet, der springt die ganze Zeit so komisch rum, Alter. Was macht der denn da? Als wenn er ein Hase wäre oder so. Jetzt hauen die also zu zweit auf dich ein. Schon? Wenn die... Wenn die es fair machen würden, würden sie sagen, ja komm, Bruder. Ich würde da... ja, weggehen. Ah, Gott! Du... Lieber Gott, der Nimmel, ey. Jalla, baby, gib ihm. Ne, keine Chance, Alter. Was würdest du gegen zwei Sifs machen? Als wir gegen zwei Yvis machen? Ja, Digga, weißt du was? Anakin, ne, spiel ich... Digga, ich spiel den dreckigen Charakter, moll. Digga, Anakin, ne? Weil er springt da rum wie ein Hase, Digga. Er springt da rum, er steht vor mir, er steht hinter mir, er steht vor mir, er steht hinter mir. Und dann ballert er mich mit der Macht weg, dann haut er mich. Digga, ich kam da gar nicht hinterher. Und dann freut er so ein langsamer Charakter auch noch. Ja, der ist echt langsam, der Darfi. Spiel mal einfach mal. Red Hat und Altmann. Red Hat und... Oh, nein. Oh, ne, Digga. Nicht die, Aldi, nicht der, Aldi. Auf ganz entspannt erstmal einziehen. Auf ganz entspannt erstmal triggern. Da vorne sind die. Willst du Luke oder... Ich bin ja... Ja, Moment, ich bin direkt weggeballert. Ich bin ins Haus geballert worden, ne? Da, wo du vorhin nicht drauf gegangen bist. Ich bin wieder vom Dach gefallen. Komm runter. Ich hab gar keinen Bock da rum zu ergänzen. Äh, Wurmoin. Fick ihn, fick ihn, fick ihn. Er ist fast tot. Hilfe. Ja, könnte ich mir auch grad denken. Luke springt wieder so komisch. Ja, Digga, Lecker, oder? 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 Ich weiß es nicht, Alter, aber... Junge, Luke springt da so komisch um mich rum, Alter. Also wirklich komisch. Die springen die ganze Zeit schon so komisch um mich rum, Alter. Vor die Hasen. Für die Hasenplage. Die Hasenplage. Digga, die springen da rum, Alter. Hasenplage. Also wirklich, Junge. Und dann machen die auch so... Yoda! Haha, nein, mich Yoda! Digga, wir müssen direkt den Wookie ficken, Digga. Yoda kann sich und ihn nämlich heilen. Mhm, der Wookie wird wahrscheinlich sowieso geschnetzelt wie Kanigel, Alter. Wie ist ein Kanigel? Der macht auch heftig viel Schaden. Mhm, jeder macht Schaden. Aber der Wookie kann nicht so hoch springen, Digga. Was sind die überhaupt? Und der kann nicht hüpfen wie so'n Hase. Wir müssen mal aufpassen, ne? Der Wookie kann auch so'n schießen. Ich komme, ich bin zu blöd auf, um aufs Dach zu kommen, Alter. Schönes Ding. Da hinten... Ne, da hinten sind... Ja, was? I have the high ground! Ja, moin, Digga. Wo sind die hingelaufen? Die sind Maus Eisley-Kantine, die besaufen sich. Ja, moin. Wo verstecken die sich? Keine Ahnung. Maus Eisley wahrscheinlich. Doch nicht. Digga, wir sind auch so dumm. Hast du die gefunden? Weißt du, Yoda? Ihr habt euch zum letzten Mal in unserer Angelegenheit eingemischt. Getrennt. Die scheinen echt ne... Ja, die sind ne Maus Eisley-Kantina. Komm her rein. Hab die grad nämlich... Willst du Yoda übernehmen, oder? Dooku hat grad eben gesprochen. Ja, hier ist Yoda. Yoda ist fast tot. Dann hol ihn dir. Ich klenke dich als Wookie erst. Ach... Hab den Wookie. Yoda hat nur ein bisschen Leben. Nein, er ist rausgekommen. Hab ich... Nice, schönes Ding. Ah, verdammte Scheiße. Was glaubst du, wen spielen die diesmal? Keine Ahnung. Guck mal, wenn ich jetzt spiele. Ich hab keine Ahnung, was seine Fähigkeiten sind. Aber ich... Ich will sie übernehmen. Ich hab keinen Bock. Vader. Darth Clayder. Darth Shader. Ich hoffe... Ich hoffe, meiner kann überhaupt abwehren. Ich glaub nicht. Ich glaub, der würde sein nächstes Schwert nicht. Na, tut er auch nicht. Jetzt schieß mit Blitzen, das weiß ich. Aber... Du musst dich um den scheiß Wookie kümmern, ne? Ich kann nämlich keine Schüsse abwehren. Und du kannst ihn erwürgen. Wir laufen wieder direkt nach rechts, ne? Die haben den Sieger vorhin auch schon hier verschreit. Du sagst, man ist gar nicht nervig von dem. Oder laut. Ah, ah. Überhaupt nicht. Wie so Badass, Mann. Mach mal nichts weiter aus, denke. Wie so ein Badass, Mann. Sie kommen hier. Mach mal aus, das ist zu laut. Ich hab sie gehört, sie sind hier irgendwie... Meister Yoda gehört mir. Ja, hast gehört. Die laufen... Da hinten sind... Da, ja, hier. Hilfe. Fick Yoda, fick ihn. Nein! Ich hab irgendwas. Du bist alleine. Nein, du musst aufpassen. Hilfe! Alle Yoda, ist ja krass am Ficken. Der springt rum wie du im Sohn. R1 gedrückt. R1, Michael 1. Alles klar. Mit R1 hättest du die beiden im Wirkelgriff genommen. Ja, hat aufgeladen. Ach so, ja gut. Digga, die ersten zwei Runden, ne. Ich weiß nicht, ob der eine geleckt hat, aber der ist die ganze Zeit um mich komisch herumgesprungen. Also wirklich komisch. War aber schon irgendwie witzig. Ach ja, moin. Chewbacca war Top-Held. Eigentlich hätte ich beim Boba Fett spielen müssen, Digga. Hä? Du kannst ja nichts machen, wenn du alleine bist. Einer ist ein Schütz, der andere ist ein Jedi. Du bist weg. Du kannst nicht beides bloggen. Ja. Außer man heißt Grievous, dann geht. Dann würde das funktionieren. Ja. Außer man ist ein 180 GoPro Grievous, Digga. NABU. 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 Vom Grievous kann 4 Yigidis abwenden, aber keine 5. Kräftig spürst du doch mal zu 5, dann. Hm. Ah ja, gut. Dann spielen wir die Seite. Dann kommt gleich mal Obi-Vlan zu meinem Satz, Alter. Obi-Vlan. Obi-Vlan, Genobi. Dann misch ich mit mit. Mit mit? Mit mit, Alter. Mit, 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 mit. Mit Schiss, Alter. Ja, Mann. Nimm ich mal den Typ, der gegen Highground verkackt hat. Anakin. Anakin, I have the Highground. Schönes Ding. Oh. Ah, ja, Mann. Den Typ, wo ich geköpft habe und der, wo dein Meister getötet hat. Perfekt. Den, den ich geteilt habe und den, den du geteilt hast. Aber halt den Kopf kürzer, ne? Ah, hier, bei mir, bei mir, bei mir. Ah, hier, bei mir, bei mir. Ah, ich bin direkt hinter dir. Schade. Wär schon witzig. Warte. Über uns. Wir haben den Highground. Wir haben den Highground. Komm her, Doku, Motherfucker. Ja. Jo, die greifen direkt zu zweit an, wie Wichser, ey. So. Immer so schnell tot, Digga, ey. Die schwitzen so heftig zusammen. Knie nieder vor mir. Und beim Aufstieg zu mir, heißt das, Digga. Ich weiß Bescheid, was ich meine mit, ich glaube, die Längen. Bisschen. Digga. Wirklich. Weißt du, was passiert ist bei mir? Ich bin zu Mäu hochgesprungen, Digga. Und ich wurde so heftig schnell gefickt, Digga. Auch mal stand er hinter mir. Ich war direkt tot. Schönes Ding. Moral hat ich recht schneller war, gegen Doku, Alter. Uff. Der Moral hat mich nicht erwürgt, Digga. Ich bin einfach hochgegangen, hab Moral abgewehrt, Digga. Dann kam Doku von hinten und hat mich plattgemacht. Ah. 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 Ey, der schwule Kylo Ren. Ohne Maske. I have the Highground. Jetzt muss ich nur gegen meinen Vater. Digga. Krasses Ding. Was ist das? Das ist sehr so optimal, Obi. Wer ist das? Ich spüre ihn. Der Moral wahrscheinlich, Digga. Alter, Kylo Ren haut rein, Digga. Digga ist leckt heftig. Denkst du, du kannst mir standteilen. Warum kann Kylo mit Dauer schlagen? Aber ich kann ihn nicht. Und ich kann ihn. Ich auch nicht. Und Digga auch nicht. Digga, hilf mir mal. Ich hätte nicht gedacht, dass er es trifft. Und er werfen uns. Schönes Ding. Ich weiß den Vader, ne. Er hat sein Schwert nach mir geworfen. Ich hab einfach die ganze Zeit auf ihn eingeprügelt. Wenn kann man denn noch spielen, wenn er lustig wäre. Ich nehm mal die kleine Schnäpfe. Dann nehm ich Baby Yoda in Alt. Baby Yoda in Alt, aha. Ist doch nicht so, als wär Baby Yoda schon 50 Jahre alt oder so. Digga, Anakin kommt jetzt ran auf den Meter. Komm mal ran, ihr auf den Meter. Da. Die kleine Snitch mit dem anderen Typen da. Mit dem anderen Snitch. Oh ne, Digga, ey. Die wollen einfach nur abpacken, glaub ich. Hurensohn, Huren Carlos und Huren Carlos. Warte. Ich ziehe hier gleich. Ah ja, moin. Er wird's einfach raus, natürlich. Hä, Digga, ich verstehe das nicht, ey. Die... Du bist... Alter, echt, der ist... Piss dich. Jorgen, was ist das denn für ne dreckige Scheiße, ey. Du kannst dagegen einfach nichts machen, Digga, ey. Merk ich. Wie fickt der Typ denn rein, Alter? Hä? Du kannst gegen den Imperator, bist du einfach gefickt? Ja, wenn du alleine bist, gegen ihn schon, ja. Mega heftig. Vor allem hat... Meine Macht trifft die auch einfach irgendwie nicht. Schon. Ich bin so wie Plan, oder... Nein, alle Charaktere, mit denen man gewandert, werden gestört. Hm, ich nehm nur mal die kleine Snitch. Das kann doch nicht sein, wie übertrieben ist ein Imperator, man. Da 50 Fähigkeiten, mit denen er dich festet, nicht mit Blitzen abfeuert. Ja... Kannst du die Nick anhalten? Oder... Ne, das war Kylo, ne? Wie wär's denn, ja. Der wurde jetzt nicht geboren. Ja, anhalten kann Kylo, aber ich kann die irgendwie zu mir hinziehen, oder ich kann irgendwie... Ich kann die irgendwie verwirren, oder so ein Scheiß. Ja, ich auch, irgendwie mit... Warte. Aber ich glaub, das ist die... Mal sehen, wie ihr mit diesem Lichtschwert fertig werdet. Aha! Der wirklich erst mal. Tja, Lady. Pistick Raider. Hilfe, ich hab keine Ausdauern mehr. Ich muss erst auflaufen. Der KW auch gebombst, Digga. Ah! I have the high ground. Aua. Revers hat mich gebombst. What the fuck, ey. Irgendjuck meine Macht halt einfach nicht. Ja, mach die Spinne, Alter. I have the high ground. Digga, ich mach einfach Zeitspiel. Ich muss meine Macht wieder aufladen. Haha, Juan Carlos. Ah, fahr dann. Jawoll. Nice. Nice, Diggi. Ah, schön, wir haben noch einen Jedi. Willst du? Äh, weiß nicht. Ich will jetzt den spielen. Ich mein... Ne, nimm du. Obwohl, ich hab ihn noch auf Level 12 und so gute Dinger dafür. Dafür. Dann nehm ich... Dann nehm ich Huren... Dann nehm ich Huren Solo. Haha. Wir müssen zusammen... Bleiben. Ich kann dich nämlich auch heilen, ne? Ah. Was klotzt du denn so? Haha. Mann, es haben die... Huren Carlos und Huren Carlos. Irgendwann sag ich, wir kommen die... Pistolenfahrzeuge, ne? Wir bleiben unten. Mhm. Er ist um... Außer der Wichser kümmert sich um mich. Das wär nicht so gut. Achtung, er kommt runter. Er ist fast tot. Er ist? Hab ihn. Und da hinten ist die andere Person. Forts und holt mich. Schieß! Ja, moin, Digga. Wahrscheinlich schockt der Uhren-Dummig einfach. Du musst mal den Scheiß-Ruiden ausschalten. Ja, ich bin tot, ne? Die hat mich ab... Die hat mich ges... Die hat mich gestealt. What? Ich... Oh, Digga. Du hättest mir das vielleicht früher sagen sollen. Aber ich hab... Ich hab dir... Ich hab dir gesagt, die hat mich gesnackt. Echt? Ja. Hab's vielleicht gehört. Ah, Digga. Echt. Die regen auf. Ah, das sind andere. Aim-Boost und... Was weiß ich was. Wahrscheinlich ist der Erster, Digga. Ja, moin. Der hessische Grievous, Alter. Nein, Digga. Ja, einfach der Typ, der nichts konnte. Er hat so heftige Fall auch Schmoll von uns bekommen. Oder von mir auch. Aber heftig. Na hot... Auf hot sind wir jetzt. Ja, moin. Krass. Auf dem Planeten war ich... Noch nicht. Ich auch nicht in dem Game. Ich glaub, diesmal spätzt er erst Jola. Wenn wir gut sind. Da waren wir dann Obi-Wan und so. Jetzt ist es auf. Ich mein, bei ihr gucken. Nämlich die kleine Snitche. So wieder? Ja. Mal wieder. Mal wieder. Ich bin's. Der Typ ist alleine. Der auch. Nämlich auch. Lass fetzen, Alter. Ja, moin. Ich bin jetzt ein Spieler. Nein! Mach jetzt! Der würde das schon schaffen. Ich vertraue dem Typen. Der überlebt das schon. Der überlebt das schon. Der überlebt das, hallo. Und nachher überlebt das wirklich noch. Ja. Der nimmt... Der muss einfach Imperator nehmen und gewinnt. Der Imperator... Naja, nicht unbedingt. Wenn du abwehrst, dann... Mach doch nicht ganz so viele Sachen. Mhm. Ich hab... Ich hab vorher versucht... Ich hab vorher versucht abzunehmen. Ich war sicher auch mit Anakin. Das geht einfach nicht. Das kann nur Yoda, man. Ist so. Von was Yoda eigentlich für'n Ficker. Der kann einfach Machtblitze absorbieren. Und kann sie in sich drin selber lagern. Digi. Decker, warum wollen wir offenbar so viele schreiben über Insta? Keine Ahne. Wir schreiben offenbar so viele wie noch nie zuvor. Man, ich bin verheben über den Spaß. Ich bin verheben über das Geld. Ich bin verheben. Ich bin verheben, verheben. Das geht nicht. Alter, denke. Echt, jetzt. Ah ja. Mann. Ich guck noch mal, wenn ich... Vielleicht spieg ich auch jemand anderen. Ich guck mir mal an, was die anderen Idioten können. Rauchgranate können. Lando. 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 Lando Garcia. Warum ist nicht dieses Outfit von Rey und das von Schrottsammlerinnen und das Outfit von Jedi aber fast gleich nur, dass Jedi einfach ein bisschen weißer ist? Warte, warte, warte. Warte, warte. Warte, warte, warte. Warte, warte. Warte, warte, warte. Was meinst du? Das Outfit von Rey, von Schrottsammlerin und Jedi ist einfach dasselbe nur mit eins mit Kapuze und ein bisschen weißer. Will die mich verarschen? Die sind richtig innovativ, die Typen. Nein, die Haare sind dann auch etwas anders. Wait, what? Ja. Aber nicht viel anders. Da hat sie nicht zu und da... Ja, auch, aber... Nicht so... Da hat sie so komisch hoch und beim anderen nicht. Ich mag Wae aber eh nicht. Die hat so ein Eierkopf, ey. Das ist ja so ein Eierkopf. Ja. Aber ich meine, so noch heftiger als... Was weiß ich hier. Kanisterkopf. Nein, die hat einen größeren Eierkopf als Lea, denke. Und die hat schon ein Eierkopf. Alter, was ist denn los hier? Können wir jetzt mal einen Schauspieler finden? Nee. Oh, warte, dann hole ich meine Emma Dems aus dem Kühlschrank. Geil. Schön, dass das gar nicht lang dauert. Halt auf dem Kühlschrank. gleich geht es ja weiter und sagt lass mal quitten vor allem ja lass mal quitten der gerne auch mein Name läuft ja noch eine ich glaube da kommt nichts mehr mehr glaube ich auch nicht also zurück in Topmen Untertitelung. BR 2018